Musik Gründernerstag, ein ganz entscheidender, wichtiger Tag für die Zeit nach dem Tod und der Auferstehung des Herrn. Und der Herr macht etwas ganz Besonderes. Er ist versammelt mit seinen Jüngern und beim letzten Abendmahl nimmt er Brot und sagt den Jüngern, das ist mein Leib, und nachher nimmt er Wein und sagt, das ist mein Blut, isst und trinkt davon. Und er gibt es ihnen zum Essen und Trinken. Und sie tun es. Und wahrscheinlich verstehen sie nicht zu diesem Zeitpunkt genau, was das jetzt wird. Aber es ist entscheidend für die kommende Zeit der Kirche. Es ist ein ganz neues Geschehnis in unserer Wirklichkeit. Weil was eigentlich hier passiert, ist, dass Gott selbst durch den Leib und das Blut des Sohnes sich den Menschen in einer ganz neuen Weise zur Verfügung stellt. Eine ganz neue Art der Gegenwart. Weil was eigentlich geschieht nach unserem Glauben, ist, dass wenn die Kirche Eucharistie feiert, dann verwandelt sich das Brot, was wir verwenden und den Wein, den wir verwenden, zu Leib und Blut des Herrn jedes Mal. Das geschieht dadurch, dass ein geweihter Priester die Messe feiert und dass der Heilige Geist auf den Gaben herabgerufen wird. Dann geschieht das, was wir Verwandlung nennen oder in einer theologischen Sprache Transubstantiation. Und hier ist es wichtig zu verstehen, dass dieses Wort Transubstantiation vielleicht am nächsten dessen kommt, was wirklich geschieht. Obwohl es ohne Zweifel wirklich auch ein Mysterium sei. Wir können das nie richtig ganz zu Ende verstehen, dass das wirklich möglich ist, dass Christus uns gegeben wird als Speise und Trank. Eine Nahrung für unseren Weg durch diese Wirklichkeit, wo unser Ziel Gottes Himmel ist. Und das heißt eigentlich auch, dass der Herr an diesem letzten Abendmahl uns einen neuen Ostern schenkt. Ein neuer Ostermahl. Wie damals die Israeliten in Ägypten ihr erstes Ostermahl hielten, vor sie aus Ägypten ausgezogen sind, macht Jesus eine neue Mahlzeit wie ein neuer Moses für den neuen Ausgang. Jetzt geht es aber nicht als Ziel ein neues gelobtes Land hier in unserer Wirklichkeit, sondern das neue gelobte Land, was der Himmel Gottes sei. Das ist also eine Parallelverschiebung von der früheren Zeit zu der neuen Zeit. Und die Kirche wird gegründet, um diese neue Wirklichkeit, diesen neuen Weg in die Welt hinaus zu schicken oder zu verteilen, zu öffnen. Und was es eigentlich bedeutet, dass wir in der Kirche zur Kommunion gehen dürfen und den Leib des Herrn durch die Kommunion empfangen, ist, dass wir eigentlich jedes Mal unser Herr Jesus Christus in einer tiefe Weise in uns einverleiben. Also man könnte fast von einer Art Inkorporation sprechen. Er wird eine Dimension in unser inneres Leben sein. Und der Vater im Himmel wird die Gegenwart seines Sohnes in unserem Inneren sehen und erkennen. Dies bedeutet sehr viel für unsere Relation zwischen Gott und uns selber. Und das ist eine unglaubliche, veränderte Relation zwischen Gott und den Menschen. Weil die meisten Religionen und auch früher, bevor Christus, ging es eigentlich darum, von unseren Tieren, unseren Produkten, Gott, unsere Sachen hinzulegen, als eine Art Opfer. Nun ist es umgekehrt. Jetzt kommt Gott zu uns und erniedrigt sich dadurch, dass er Brot und Wein zum Leib und Blut seines Sohnes uns schenkt. Es ist eine Art umgekehrte Bewegung von oben nach unten, um uns nach oben zu heben. Es ist eine Art wunderbarer Tausch zwischen Gottes Wirklichkeit und unserer Wirklichkeit. Das ist schon in sich eine völlige neue Wirklichkeitsbeschreibung, eine neue Glaube, so gesehen, und eine neue Art der Relation zwischen Gott und den Menschen. Das ist der tiefere Grund der Existenz der Kirche. Und die Kirche bekommt dann später den Auftrag, in die ganze Welt dies hinauszutragen. Nach diesem letzten Abendmahl mit den Jüngern, wo Jesus versteht, dass es bald am Ende entgegen geht, geht er noch einmal mit den Jüngern beten im Garten Gethsemane, weil er in seiner menschlichen Natur diese Dunkelheit spürt, die wir Todesangst nennen. Er teilt wirklich unsere Wirklichkeit mit uns und lebt unsere Wirklichkeit auch in sich hinein. Und er möchte den Vater bitten, wenn es möglich sei, dass dieser Kelch ihm vorüber geht. Da spürt man wirklich diese Angst, diese Dunkelheit, die er erfährt in diesem Moment. Und trotzdem ist er imstande zu sagen, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Er stellt sich trotzdem der Wille des Vaters zur Verfügung. Er geht den Weg bis zum Ende. Und er bekommt Trost, er bekommt Stärkung durch das Hören des Gebetes vom Vater. Er schickt ihm einen Engel um ihn zu Trosten und er geht den Weg weiter. Dadurch wird er uns zu Heiland, was wir dann die nächsten zwei Tage weiter vertiefen werden. Aber das ist im Prinzip, was Gründonnerstag im Tieferen bedeutet, dass Gott sich uns durch den Sohn als Nahrung schenkt für unseren Weg durch diese Wirklichkeit zum Ziel der Himmel des Vaters. Danke.